So liebe Freizeitparkfreaks, wir sind für euch heute im... Bobby Jahnland! Da wo die Attraktionen drin sind, da so... Ja, schön, schön, schön. Also das Wetter ist super. Ist zwar leicht bedeckt, aber im Park ist nichts los. Nein, nein, der ist voll. Der ist voll, ganz brecht. Nein, super leer, super, super leer. Hallo! Hallo! Juhu! Ist mir zu groß, sorry. Ich habe ein Hund und ein Reel. Ist mir zu groß. Aber jetzt, ohne Spur, ich kann es euch für die Kinder geben. Oh, nein, sorry. Wenn du spielen, dann gibst du den Ball für sicher. Für sicher? Oh, das ist interessant. Ja, aber nicht für mich. Ich war nicht in den H4-Games. Die Mitarbeiter versuchen es immer wieder, dass wir Bälle werfen. Ja, wie gesagt, Wetter ist bedeckt. Das ist auf jeden Fall. Sorry! 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 Ja, wie gesagt, bedeckt, wie man ja sieht. Kettenkarussell fährt. Fury fährt. Typhon fährt auch Typhon. Ja, hier die zwei Brillenstangen wieder unter sich. Here we go again. Läuft stabil. Und ja, läuft. Stabil. Ja. Wir fragen, glaube ich, jetzt erst mal zum Frühstück. Mal gucken. Entweder Fury oder Typhon. 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 Ach du Palme. Wow. Und das alles in HD. 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 Alles schön. Maske an bei den Attraktionen, so wie es sein muss. Ja, total. Sieht man ja. Ja. Total gut. Also, Hauptsache, hier läuft die Musik auch? Ja. Teppel. Weißt du noch? Ja, genau. Teppel auf den Leitaufgang. Richtig. Teppel. Oh mein Goooooooood. Mina, guck mich nicht so an. Ich kann da nichts für. Die ist halt so. Das ist deine Mama. Ja, wir sind vertreten auf Facebook, Instagram und... YouPorn! YouTube! Ja, ich bin schon.